Der Dänister ist ein 1352 Kilometer langer Zufluss des Schwarzen Meeres. Er durchfließt die Ukraine und Moldawien. Sein heutiger Name stammt aus Sarmatisch-Sternchen-Danunastia-Nahfluss. Verlauf Der Fluss entspringt in einer Höhe von etwa 900 Metern über dem Meeresspiegel in den ukrainischen Waldkapaten im Region Turka bei dem Dorf Waučin. Der Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze. Auf einer Länge von etwa drei Kilometern fließen Dutzende kleiner Bäche von den südwestlichen Hängen des Tschentijuka-Berges zusammen und bilden den Dänister. Am Dänister verlief bis zu den Teilungen Polens die osmanisch-polnische Grenze. In den Kapaten entspringen viele seiner rechten Nebenflüsse, die klares Gebirgswasser führen. Einzige Ausnahme bildet der kleine Nebenfluss Sivka. Der in der Vorkarpaten-Ebene Abwässer aus der chlorchemischen Fabrik in der Stadt Kalusch in den Dänister einträgt. In der Vorkarpaten-Ebene liegt zwischen den Städten Stree, Schüdatschiv, Mykolajiv, Komano und Sambur eine großflächige Feuchtwiesenlandschaft. Die zahlreiche gefährdete Pflanzen und Tierarten beherbergt wie beispielsweise große Populationen des Wachtelkönigs. Ab der Stadt Salitschuki durchschneidet der Dänister in Form eines bis zu 160 Meter tiefen, teilweise wenige hundert Meter breiten Tal mehr anders die Podolische Platte. Dieser Flussabschnitt hat als Dänister Canyon den Status eines nationalen Naturdenkmals. In Nowodnistrosk wird der Fluss durch ein Wasserkraftwerk auf einer Länge von reichlich 140 Kilometer zurückgestaut. Danach bildet er auf einigen Kilometern Länge die natürliche Grenze zwischen Moldawien und der Ukraine. Bevor er bei der Gemeinde Nemirojka auf moldawisches Territorium fließt und fortan Transnistrien vom Rest des Landes abtrennt. In Richtung Südosten fließend durchquert er den Dubasari-Stausee. Danach fließt ihm der BIC zu und er passiert Tiraspol. Der Dänister mündet bei dem Dorf Majaki einige Kilometer westlich von Odessa und wenig südlich der moldawisch-ukrainischen Grenze. Das breite Estuar des Flusses besteht aus mehreren Armen, die in einen morigen Liman namens Dänisterliman mit den Ausmaßen von 40 mal 10 Quadratkilometer führen. Dieser ist durch eine schmale Landzungen vom Schwarzen Meer getrennt. Neben Flüsse Wirtschaft Von der Mündung ab sind mit 500 Kilometer nicht einmal die Hälfte des Flusses schiffbar. Im Winter ist der Dänister während etwa 70 Tagen zugefroren. Er spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Verschiffung von Agrarprodukten sowie von Vieh und von Holz, das im Dänisterbecken geschlagen wird. Die Stauseen sind von großer Bedeutung für die lokale Energieversorgung. Im Dänister-Delta entstehen große Naturschutzgebiete, die unter anderem mit Unterstützung des IECON ET Action Fund geschaffen wurden. Städte Die größte Stadt am Dänister ist Tiraspol in Transnistrien. In der Ukraine An der ukrainisch-moldawischen Grenze Beginn des Liemanns bei Bill Horod-Denistrovsky Jeez T push D gi si D B p d Untertitelung des ZDF, 2020